So, hier sind wir wieder. Wie geplant sind wir jetzt hier bei dem lustigen Franzosen Charles. Ich habe seinen Nachnamen schon wieder vergessen. Und, oh, wir sollen hier irgendwo hoch zu ihm. Vielleicht sind hier Treppen irgendwo drin oder so. Ach guck mal, hier hängt eine Treppe runter, das ist gut. Da gehen wir mal hoch. Aber wieso können wir nicht einfach unten reingehen? Puh, was ist denn jetzt geschehen? Müssen wir hier... Ach, vielleicht können wir hier durch. Okay. I see, I see. Stecken wir allerdings da drin fest, das ist natürlich nicht gut. So. Aha, das ist dann wohl also Charles Atelier, schätze ich mal. Und wo ist er? Ach, da hinten ist er schon. Okay, nice. Ja, wie gesagt, er liebt die Frauen ja sehr, wie er schon gesagt hat. Und das sieht man auch auf seinen Bildern, kann man nicht leugnen, ne? So, Charles, dann sag mal was mit deinen Bildern. Schau an diese Idioten. Ach guck mal, Herr Chatternay. Hey, you got a picture of my wife here in her delicates. Henry, is that your behind? Why would you be showing it to that man? That's my mama. As nude as the day she was born. Stop looking at my husband's buttocks. Stop looking at my mama. Well, maybe she shouldn't expose herself like that. This is disgusting. The nerve on you. That's it. Come on, Mildred. This is no place for us. Come here, I am a bitch. You filthy little man. Oh, oh. Come on, Hoss, we are leaving. Hey, I'm coming after you, Frenchie. Hey. Alright. Ach, Herr Jiminy. Charles, du alter Schirm. Der erste wurde den Leuten nicht erzählt, was hier abgeht. Wo du die Girls hier hast. Komm, aber wir regeln das für dich, wie wir es immer machen. Easy peasy. Kann man hier noch plündern oder was? Ja, guck mal. Aber ich glaube, fremde Personen ist wieder schlecht. Ne, kriegen wir minus. Wir werden sehen. Nö, aber mein, guck mal, Halt, ich muss meinen Hut noch aufsetzen. Wie sich bei einem Cowboy gehört. Wo bist du denn, Charles? Hier um die Ecke. Na? Was machen wir jetzt? Okay, das ist gut. Das solltest du vielleicht auch. Denn die wütenden Männer werden irgendwann wieder aus ihrem Koma erwachen. Dann geht es dir wieder in den Kragen. Also versteck dich mal lieber. Okay, sollen wir jetzt lang zu meinem Pferd oder hier hinten durch den Garten? Okay. Bisschen Innenhof-Action oder was? Das sind für eine Statue. Achso, falsch rum. Hier von der Seite. Okay. Ja, Charles. Hast du mir schon gedankt? Habe ich gar nicht mitbekommen. So. Soll ich ihn nach Hause bringen jetzt, oder was? Das ist kleiner... Wieso blickst du immer erst in die eine Richtung und abgehst dann in die andere? Charles, was machst du da? Da kommen wir gerade her. Hey. Charles, hallo. Ich hab dich nicht mehr berührt, du dämliche Sau. Mann. Charles, was machst du da? Von hier kommen wir. Charles. Du verwirrter alter Franzose. Jetzt sag nicht, mein Väter hat dich vorhin abgeblockt. Und deshalb bist du in die Fahrtrichtung gelaufen. Na gut. Toller Schäbenpferdchen. Lololol. Oh, 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 ich hoffe, die Dame ist auch single und hat nicht wieder einen Mann, mein Freund. Will ich dir geben? Es wird etwas geregelt, was jeden Tag. Ich kann es sich sentieren. Vielleicht. Jetzt scheint es, dass es das Eure, was ich für mich kriegen, ist das Ballgeräufe. Oh, du bist lustig, du weißt. Ich hoffe, ich hoffe, dass Sie wieder in der Zeit machen. Ja, das weiß ich. Das stimmt. Mein Engel! Mein kleiner Hund! Das ist mir! Hoffentlich kommt er jetzt nicht, ihr Mann raus. Anscheinend freut er sich. Gut. Wir haben ihm geholfen. dieser kleine, rallige Franzose. So was. So, und wir... Ach man, bauen wir das jetzt hier? Was ist denn das? Ja, okay, wir gehen erstmal dahin. Ach, na gut. Pferdchen, kommst du bitte? Eigentlich wollten wir doch zu Sadie Aitler. Aitler, Wettler. Na, Pferd? Wir schauen nochmal vorbei. Gucken mal, was da so los ist. Und wer da unsere Hilfe braucht. Mal gucken. Was ist das denn hier? So ein kleines... botanisches Gewächshaus, oder was? Schauen wir mal vorbei. Ja, das ist eigentlich so ein kleines... Ja, schön, okay, ganz nett. Darf ich zugeben. Wer sind Sie denn, mein Freund? Okay. Okay. There. Oh, wonderful. Algern and Wasp, purveyor of the exotic and the exquisite, enchanté. Uh, Tacitus Kilgore. How can I help you? May I interest you in a, uh, hat? Perhaps. How about a nymph? I import them from Brussels. The idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the Baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. And what is it you do, Mr. Kilgore? Are you a gentleman of leisure? An asthete? Oh! An artist. Oh, I suppose I'm kind of an adventurer. Oh, yes, of course you are. Here, be careful with the china. Sir, it is French. Not Belgian? No, 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 no. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble is more their specialty. I fear china will always elude them. Now, why are you here exactly? I don't know. You're an adventurer, a wanderer, a lost soul cast out from heaven. Ah, sure. Well, I do pay exceptionally well for certain objects needed for my art. You do? I do, exceptionally well. Well, what do you need? Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 Egret Plumes. Good ones, obviously. I also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay. I will see what I can do. Thanks for the tea. Thank you, Tacitus. It'll be very worth your while. Ich glaube, wir haben doch schon mal eine solche Blume gefunden. Da wurde uns angezeigt, oh, super, mega Blume. Können wir ihm die vielleicht geben? Er ist einfach weg. Okay. War ja so ein bisschen ein seltsamer Typ. Das kann man nicht leugnen, aber na gut. Muss man die Blume auch verschicken? Ich habe da, warte, habe ich da, wo muss ich da, nicht mitbekommen. Na, wir können, nee, erstmal möchte ich jetzt zu Sadie, Mrs. Adler, und gucken, was sie so für mich zu tun hat. Es ging ja bestimmt auch um irgendwas, einen Raubüberfall oder irgendwelche Leute erschießen. Sadie Adler ist da ja auch immer sehr, ich sage immer so, sie kennt keine Gnade, ne? Sie ballert gerne rum. Mal gucken, was sie so von uns will, ne? So, da sind wir schon im Camp. Und da wollen wir mal... Ach, da sitzt sie schon, das ging ja flott. Da bist du ja schon, Sadie. Was hast du denn... Was willst du mit uns tun? Ja, schön, nicht wahr? Ja, das macht mich zu Tod in den Mauten schreien. Ach, das war alles, schau wir. Okay, dann können wir jetzt mit Sadie reden. Sadie, was geht ab? Wie geht's, Mrs. Adler? Wie geht's dir? Es war ziemlich eine Reise, seit ich... Well, seit ich dich, Freunde. Ja. Und jetzt haben du und Dutch zusammengekommen in die höhere Gesellschaft. Oh, Herr, überwärts. Ja, das scheint so. Ich denke, meine Tage in der politischen Gesellschaft sind vorbei. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the Sandinese's mayor's house. If he can do it, anyone can. You getting elites? Ja, ich denke so. Du bist so, Arthur Morgan. Komm, wir müssen uns sprechen. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My Lord, if you're more like her, we could take over the whole world. Man, if you're more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trally bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Well, you leave the planet into me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. You know, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. What is that? What the hell have they done to me? Look, they're in the tree line. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Und seit dieser einen Fete, ne? Jetzt haben wir noch den Kopf abgehackt. Wie bitte? Runter soll ich? Okay. Die haben einfach Kieran den Kopf abgehackt. Scheiße. Der arme Kieran hat sich so gut bei uns nützlich gemacht und so. Scheiße. Los, rein mit euch. Alle, die nicht schießen können, rein. Hallo, bitte in den Kopf schießen. Okay. Ist das einer von uns? Ja. Du aber nicht. Oh, damn, ey. Scheiße, Mensch. Was machen die denn? Die haben einfach Kieran getötet. Und jetzt... ...kommt ich hierher und machen Stress. Nein, das Pferd erschossen. Scheiße. Das Pferd erschossen. Scheiße. Ja. Scheiße. Ach Gott, das ist da einer von denen, der hier ganz genau neben mir steht. Scheiße. Gar nicht gemerkt, ey. Alter, sind das viele. Das sind eigentlich Theo Driscoll's wahrscheinlich, ne? Haben sie Kieran zurückgeholt. Oh. Da, ich wohne nicht aufgepasst. Ach komm, Booth. Passt da einfach mal auf, Mensch. Ich muss jetzt unten nochmal anfangen, ne? Vielleicht haben wir jetzt wenigstens Dead Eye aufgefüllt. Ne, Dead Eye immer wieder. Okay. Dead Eye erhöht ist okay. Scheiße, Mensch. Ich muss jetzt auch meine Gesundheit hier machen. Komm, Burschi. Alter. Ja, wieso verteidigt ihr mich denn hier nicht? Woher sind denn meine Leute? Das ist nicht ein scheiß Ernst? Was ist das denn? Da kommen die einfach von allen Seiten. Ich dachte, der Typ ist hier bei mir unterwegs. Aber wie, die verteidigt mich. Jetzt reicht's mir. Jetzt knall ich da auf. Jetzt reicht's. Ja, da ist er doch. Wieso warst du eben nicht mehr da? Unnützer Bastard. Ja, wieso bist du eben ab... Ach, weil ich nicht ordentlich lesen kann und nicht zuhören kann. Sondern es zum Anwesen zurückzuziehen. Zulass. Ja, hier hab ich so einen Schrank entdeckt. Komm. Jo, mach ich. Dann musst du einfach mal... dem Spiel zuhören können und ein bisschen aufpassen. Dann muss man sich auch gar nicht aufregen. Der scheiße Kieran, richtig erschossen. Verdammt, ey. Ich glaube, ich musste ein bisschen Adler, würde ich mal sagen. Alter, verdammt. Da können wir die nachher alle looten. Alter, Sadie, der geht ja da aufgemessert. Sadie, du alter Randallnude, du Schisch. Okay. Ja, und Riskills, dann. Sie, du Riskills haben die Kierens geschnappt, ihn getötet für den Verrat und dann zu uns geschickt. Na, wir gehen zurück. Wir brauchen dich in... Wir brauchen dich in der Hälfte, Mr. Sadler. Mach doch schneller. Digga, ich treffe auch nichts. Oh, ich bin echt der schlechteste Schütze heute schon wieder. Scheiße. Ich glaube, ich nehme einfach meine Pistolen. Das läuft, glaube ich, besser. Scheiße, scheiße. So eine Ballerei. Ist ja peinlich. Bitte schneller laden. Meine Pistolen. Wir brauchen dich in der Hälfte, Mrs. Sadler. Ich kann einfach schnell so ein... Das ist schon tot, dachte ich. Sadie hat richtig Bock auf Ballern. Immer Pistolen mit Pistolen läuft es auf dem Direktversatz. Sehr schön. Okay. Ciao. Au. Wollen wir wohl schießen mit denen immer? So, wie geht's? Ah, das ist noch einer. Dann sind wir ins Haus, oder was? Ach, das ist auch einer von uns. Schön. Gut. Hauen die ab, die Feigenhunde, oder was? Oh, nee. Die auch nicht mehr. Oh, wow, 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 wow. Wieso können wir keine Arznei nehmen? Was soll das denn? Wenn die weiter weg sind, können wir ja auch die Waffe hier nehmen. Ah, okay. Sind wir okay? Ich denke so. Except for Karen hier. Oh, poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Como Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So, we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. He saved my life and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces as I seriously understand. That's what love has done to her, I guess. Manomera, das war mal ne Ballerei, ey. Scheiße, scheiße. Aber am Schluss lief es dann ein bisschen besser. Und ja, das mit Kirin ist echt, okay, er hat, wir haben ihn gefangen ja damals, ne, und dann ist er zu einer von, zu einem von uns geworden. Hat mir das Leben gerettet, einmal. Okay, puh. Und jetzt haben die verdammten Drecks und Driscoll ihn einfach zurückgeholt, ihn gefangen und ihn getötet. Ne. Das geht so nicht. Charles, das geht so nicht. Mann, 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 okay, was haben wir denn so zu tun? Wir sollten ihn bei der Bahnstation treffen, ne, ja. Und wir hatten ja noch irgendwas. Das war das mit den Indianern, ne. Ja, okay. Nimm mal gucken. Das wird schon. Das wird schon. Allerdings, der Plan ist schon wieder einfach, die fette Bank da zu überfallen, irgendwo in Saint-Denis, äh, na ja. Ich vertraue den Plänen immer nicht so. Na, Jackie Boy? Was für eine Ballerei, wa? Scheiße. Guten Morgen. Scheiße. Naja, okay, aber dann gucken wir mal, wenn wir zu Dutch gehen, oder ob wir uns erstmal mit den Indianern befassen in der nächsten Folge. Weiß ich gar nicht, vielleicht erstmal die Indianer. Oh nein, ach, Reverend, du bist echt der Nervigste. Na? Tja, sauf doch einfach weniger, Chef. Oh nein, Sir. Ich kann das nicht tun. Wirklich? Ich kann nicht. Ja, er ist Alkoholiker, das wussten wir schon. Aber wir wollten ja die Folge beten. Also ich glaube, vielleicht machen wir erstmal mit den Indianern, das ist ja auch eine Hauptquest anscheinend, wie die gelb ist. Ja, wir schauen mal. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. toch. Never was. Outro